Schaffe ich einen Backflip auf dieser Matte mitten auf dem See? Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich fast überall und immer Backflips mache. Zum Beispiel auf einem umgebauten Trampolin, von einer Schaukel, von meiner Freundin, mit verbundenen Augen, mit einer Rutsche, mit 25 Kilo Gewicht, mit einem Wassereimer, im Schnee oder in einem Karton. Deswegen dachte ich eigentlich, dass es relativ einfach für mich wird. Aber das Ding war einfach extrem wackelig und rutschig. Aber dann habe ich einfach durchgezogen und während ich in der Luft bin, kommentiert mal, ob ihr ein Salto könnt. Ich werde auf jeden Fall nochmal an der Landung arbeiten müssen.